Die übernommen. Jawohl. Wenn, jetzt, wenn sie, deine Hand ist zur Futtertasche gegangen, das ist nicht schlimm. Sie guckt da hin, in dem Moment, jawohl, jetzt hast du geschlafen, in dem Moment, wo sie sich davon löst und wieder zurückgeht zu dem Target, kannst du schon eine Bestätigung reinhängen. Jawohl. Und mach erstmal kurze Berührung und danach kommt, wie beim Hand-Target, eins, kurz zurück, zwei, drei, dass sie da länger dranbleibt. Aber schau mal, das ist brav. Wenn du das zu hoch hältst, wird sie tendieren dazu zu springen. Also, jawohl. Lass es ruhig mit dem Hey. Lass es mal trainiert. Okay? Hey. Bravo ist auch gut. Jawohl. Aber erst aufessen lassen. Jawohl, gib mal Futter. Ja. Nimm mal den Target hoch, bitte, oder nach hinten, nach hinten, dass sie nicht rankommt. Nein, also zu dir zurück. Ach. So. Nimm mal weg, bitte. So. Runter. Lass mal runterhängen, das Ding. Also, wenn du sie fütt, gib ihr mal Futter, bitte. Gib ihr mal Futter. So. Für erfüllte Aufgabe. Jetzt ist der weg. Jetzt wartest du, bis sie aufgegessen hat. Und jetzt bietest du das Ding an. Das ist ganz doll. Jawohl. Leica hat das verstanden. So. Hat sie aufgegessen? Kommst du mit dem Ding da hin? Jetzt geht's. Jawohl. Hey. Nimmst du wieder zurück. Und jetzt hast du, na nicht so demonstrativ, ganz weit. Und jetzt kommst du wieder hin da zu ihr. Hey. 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 Das ist brav. Und jetzt wechselst du danach die Hände. Also, äh, 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 mit dem, dass sie, jawohl. Nein. Und jetzt machst du links, rechts. Das, lass sie aufessen. Das wird sonst zu. Ah. Jawohl. Das sind drei Berührungen. Ich kann wirklich sehen, dass ihr arbeitet. Ne? Bleibt sie an. Genau. Kriegt Futter. Ja? Geht alleine wieder rauf. Ja. Alleine, genau. Genau. Warten. Und jetzt zähl ruhig bis zehn. Was du machen kannst, ist, wenn sie dort warten soll, ja, schaust du ihr in die Augen. Dann hast du Kontakt. Dann ist sie nicht mehr auf das, äh, äh, Target da fixiert. Und wenn sie das Target berühren soll, das ist ja auch schon eine Fürhilfe, dann guckst du ihr nicht in die Augen. Ja. Dann weiß sie, alles klar, jetzt wird gearbeitet. So, jetzt halt das Ding hin. Und machst du zweimal. Eins. Nicht das hier runter, du musst dich da ran. Zwei. Warten. Warten. Hey, jawohl. Ja, und dann... Du kannst dir das auch mal kurz neben den Fang halten, dass sie nur so macht. Ja? Auch das ist eine Option. Ja, das ist zu weit weg. Da muss sie fast vom Stuhl runterladen. Und wenn sie da ran rumlackt, das versuchen wir jetzt nicht mehr zu bestätigen, sondern nur Berührung. So, jawohl, das war perfekt. Und dann geht sie hier hin und ist sofort da. Also, jetzt habe ich das hier. Jetzt schiebe ich einen raus. Und jetzt will ich zwei. Dann geht hier noch ganz klar. Eins. Die Klebe liegt auf dem Fenster da unten. Es waren schon mal zwei. Und jetzt machen wir das ganz, ganz deutlich. Erinnert ihr euch noch an das Angucken? Mhm. Wo man links und rechts vom Fangfutter hatte. Jawohl. Und das machen wir jetzt hier quasi auch. Ich schimpel nicht. Ich sage nichts. Und wenn sie das haben will. Okay. Das ist so ein bisschen zufällig, ist noch nicht sauber, aber die Richtung stammt. So, dann lade ich hier nach. Okay. Und dann mache ich die Abstände größer. Dann muss ich ja deutlich rüberlaufen. Wie die Kinder in der Schule gucken, kurz aus dem Fenster. Ja. Das ist so halb gezielt, halb zufällig. Nachgeladen. Und ich habe alle Zeit der Welt, weißt du? Ja. War das länger? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020